hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft was haben eigentlich letzten folgen gemacht wir waren im neta und dann sind wir wieder zurückgekommen und ich habe glaube ich im keller gearbeitet und ihr hat die kirche renoviert und mir ist aufgefallen dass ich das hier scheiße finde mir ist schon direkt was besseres eingefallen ich bin fünf minuten hier und weiß direkt was ich weg mal was ich komplett weg machen kann was ich stattdessen dahin bauen kann wartet mal kurz einen moment ich werde gerade angerufen ich laufe raus ein ton ich muss nur mein ton einstellen ich habe hier keinen ton ton ist oben in der kiste den hast du nicht kommen sehen mein kraft ist ton aus aber gibt es ton auch weg das auch weg das auch weg das auch weg und das auch weg wow die fällt mir da unten hast du wieder löcher gefunden wo du reinfallen kannst du bei euch euer keller da der brunnen von mir aus hier fällt man dann genau in den brunnen und wie war dein wochenende oder ist dein wochenende wochenende hat ja gerade erst angefangen darum auch die änderung zu wie ist dein wochenende bis jetzt ne ganz gut und lange geschlafen das ist die hauptsache aus der schweiz ist der tag ja auch mal jung wir nehmen ja diesmal auch nicht abends auf wie sonst immer verrat doch hier nicht unsere aufnahmenzeiten top secret zeiten fehlt hier aber irgendwie noch weiß ich glaube ich muss die decke irgendwie auch noch mit quark aus dem palast du brauchst alles jetzt aus ich hätte auch die ganze kirche noch mal neu mit glostone genug dass ich mir dann kronleuchter reinbasteln kann kronen kronen leuchter ja neben kronen leuchter reicht es glaube ich nicht ich brauche nur einen block kronen kronen allerdings habe ich keine die 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 war wichtig bei euch macht er nicht in wobei das wollte eigentlich gerade auf einem bürger mehr das sieht dumm aus also schon besser wenn ich bin in den Ort und nicht können ich muss steigen haben wir noch stein ich habe jede menge stein ist ein bisschen laut hier alles was schreien wir denn da drüber hört man das nicht ne? also ich höre nichts wir haben immer so Organe wenn wir ineinander reden ach du meinst du ne äh Familie so ist es so ist es überhaupt bin ich eigentlich zu blöd für alles? ich komme doch von meinem Dingsbums eigentlich wenn ich da von deinem Keller aus kannst du zum Haus eigentlich ne? ja hinter dem hier hier ach ach so ich habe nie was gesagt ich habe mich eigentlich hab mein Dingsbums anders angestellt hallo hab ich mir schon mein Mikro also ich höre dich ja ich habe übrigens die Glowstone Steine ich hab schon einen ich brauche nicht einer reichen ich brauche nur glaube ich wieder Quarz weil das nicht reich nun nicht genügend Quarz wenn ich mich vielleicht den hässlichen Fackern hier mal abgemacht und gar nicht schön ich hoffe ich schick meine Hände gleich wieder irgendwie läuft das bisher zum Beispiel unter den Glauben hab ich geschaut ja drauf muss hätte ich noch mal runter und noch mehr Quarz holen? Ey oh hab ich nie ne Lust dazu ich höre, du freust dich wieder in den Nähter zu gehen oh, furchtbar, ich verlaufe mich doch wieder hey, wie du bin hier, warum habe ich das denn nicht oben ich bin doof, mach das ich bin nicht gewohnt ja, ja, oh, ich bin so doof, ne oh, ich bin so doof, oh dann mache ich das gleich oben hallelujah ach ja und wo ist so? äh, ich bin keiner am bauen äh ich, oh, ich hab Quarz gefunden in der Kiste direkt mal Quarz gefunden, ist auch gut ja, in der Kiste bei uns hier ach so könnte sein, dass ich das da reingelegt habe weil ich es gefunden habe oder so oh, kann ich versprennen? nein kann ich essen? nein danke oh, da sind Ofenkartoffeln drin und dann mal los oh, sind Kartoffeln drin, ich habe Kartoffeln Kartoffeln brauchen wir mal Kartoffeln? nein ja, wollen wir ja, das ist mein Kraft ich muss nicht schreien äh, stopp, nein oh, nein, das wollte ich nicht was, hat der, was macht der? rotzelt irgendwas, aber was? was? hm, merkwürdig muss normal sein muss normal sein so, so, so huiih erlebst du wieder Abenteuer? ne, noch nicht, ich bin ja hier auf dem Weg noch zum Kehrdauer hoch, ein Enderman an dem Portal was war der denn hier? Portal Clown boah, alter, ist der laut boah, alter, ich höre nicht mehr in dem Fall war es dann aber das falsche Portal boah die sind gespawnt und er hat da einen Erdklotz ich höre auch eine Spinne, die ist sehr laut also, weil Steffi ja eben eine gehört hat, meine ich ja, drinnen, da im Häuschen, ne? also, ich bin ja im Keller, aber das ist ja direkt da drunter so, 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 gefühlt machen ich hätte das Essen reichen nicht, dass ich es dabei habe so, wo war ich denn noch nicht um dieses Zeug hier zu sammeln ich glaube, ich kriege mein Handy heute nicht mehr wieder, ist so schade, oder? so, 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 gefühlt machen ich muss nicht auf diese Festung ob ich will, nicht? war es jetzt letztens eigentlich in der Festung drin oder habt ihr gesagt, ne da gehen wir nicht rein? ne, da kommen wir nicht was, das will ich ja Ah! Was ist denn zu groß? Oh man, in dem Haus voll Oh Gott, ahem. Nein. Ui. Das sieht man auch nix, ey. Also gleich aus. Das deponiert. Huch. Sie sind gar keine Schweinchenmänner. Was? Keine Schweinchenmänner. Das ist nicht. Bad. Wo sind der? Hallo. Ich will nicht mit dem reden. Vielleicht will er den was verkaufen. Ich kaufe nix. Einzimmern. Ui, der hört sich so nah an, aber ich seh nix. Oh. Einten grunzen die an. Ups. Also mal wegwerfen von mir. Ich glaub ich muss nochmal sprengen hier. Das ist. Das ist so eng hier. Mittlerweile. So. Ich kann jetzt Brot machen. Und das war abgeschnitten bei mir. Oh, ich seh das Vieh in etwa. Oh, ich seh das Vieh in etwa. Ach so, ich kann Brot machen, hat sie gesagt. Oh, Schweinchen. Ob das jetzt gehört hat, wir werden es nicht mehr davon machen. Nein. Oh. Mit dem Brot hab ich gehört. Er hat mich, nein, nein. Wer hat dich? Der Schweinchen, Mann. Nein, das ist einfach Vieh. Früchten, Früchten, was denn das ist? Okay, sind sie spinnen, ey? Da weiß ich wo ich bin, der schiebt immer noch auf mich versteckt sind. Uah. Was ist denn unsere Nahrungsmittelkiste? Gibt sie irgendwo, oder? Äh, da haben auch die Wolle drin ist. Haben wir das mal reingelegt. Genau da. Oh mein Gott. Nur sterben. Warum bin ich jetzt nochmal nach oben gekommen? C4. 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 C5. C4. 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 Pau da übrig ich bin ja und Kissen irgendwo in der Zukunft vor Ort weil sie uns nicht gut wieder zurück Stimmbau und durch die Korte wird auch viel Lava ach quatsch warum brauche ich doch gar nicht ich brauche das feuerzeug ach so was ich hier wieder von meinen treuen zuschauer was wir alle gehört habe und zwar kann man bemuste stein auch aus diesem ganz normalen bruchstein und hier anmachen ja das wusste ich ja noch nie wusste ich ja noch gar nicht sehr cool dann kann dein zuschauer ich habe eine liane für dich die habe ich aus irgendeinem grund aufgesammelt wieso das denn also ist mir das mit dem moosstein zeigen man könnte auch drauf halten und sehen dass da ranken steht aber das ist zu einfach ja das ist zu einfach ich hab's vor um jetzt nicht zu verhandeln dafür brauche ich wie viel leder muss ich mir trauen ich weiß nicht wie viel was brauche ich dann weil es geht nicht mehr wenn ich dann nur mein handy hier hätte es ja nicht so viel einfacher wir haben nämlich alles nachgucken da kannst du mich alles nachgucken wie es gemacht wird ich würde gerne so einen rahmen machen weißt du wo ich was rein was rein da brauchst du leder für und stickies stickies außen rum und in die mitte dann das leder der bricht mit weit von tot hier ich kann mich nicht recht konzentrieren was ich hier machen bin ich auch ich brauche mich gerade nach oben an die decke geile ich hab'n rahmen alter boah ich brauche mir mein goldschwert und nehme mir das oben in mein zimmer als trophäe ja ich habe Kuchen in meinem zimmer lol das habe ich der letzte folge gesagt ich habe dir extra ein geschenk gemacht ich wusste ich natürlich natürlich wusstest du das das war doch mal der überraschungseffekt genau so ich weiß gar nicht wohin mit dem teil jetzt äh hier über den esstisch da ich will so viel auf einmal machen das ist furchtbar ich will nicht fallen ich will nicht fallen so richtig geiler shield und krieg jetzt ein schwert bei mir hin ein goldenes schwert oh yeah ich habe immer noch dieses eine schwert was hier noch so leuchtet was du mal gemacht hast und was aus dem anderen geworden ist ist es zerstört worden oder ne das habe ich auch noch aber das ist bald kaputt das hat nur noch so ein ganz bisschen Leben irgendwie wir könnten das reparieren glaube ich bei mir ist das erste schon kaputt ohr so viele abenteuer erlebt ich habe auch genug Level um noch alles möglich zu tun vielleicht kannst du es denn ja mal reparieren nimm mal Eisen und geh mal zum Amboss in meinem Zimmer weiß nur nicht ob es funktioniert ich guck mal ich nehm einfach mal ein Zechner ich weiß nicht wie viel Zeit ist Amboss Willkommen zu Hause ja das ist in der Welt nein Arz und du Oh nur 5 auf Eis? Das machen wir doch Aua Und hat es geklappt? Ja Sehr schön Wie viel hat es verbraucht? Wie viel Eisen? Äh 4 Oh geht ja Aber halt auch 5 Ja aber was willst du sonst mit denen machen? Auch ihm Und gucken Kann man ja auch so ein Ding fertig machen oder rein So Ähm Bist du fertig? So beleid mir der Zuschauer aber ich muss das was ich gerade gemacht habe wieder weg machen so so Ich bin mit dem ein Projekt mal nicht mal fertig und fange ich schon mit dem nächsten an, ne? Da, ja, bei mir auch ich reiß den Boden wieder raus und dann will ich wieder weg machen um es wieder zu machen wie es vorher war Ja, nur wie die Kirche. Guck mal, eine ist hier, ne? Oh, Kundschaft, Kundschaft. Bei wie viel Kunden sind wir, denkt ihr, so? Äh, keine Ahnung, äh... Nein, nein, den hat mich gesehen. Dauer den zurück. Aua, ich hab ihn nicht zurückgehauen. Hilfe! Das ist mein Quarz! Der Steffi ist doch eh noch Action. Die nimmt zwar nicht auf, aber wir können doch dem Zuschauer nicht diese actiongeladenen Sprüche... Das brexiert mein Quarz in die Luft gesprengen. Entweder wird das ein Super-Mini-Full-Klein. Oh, echt jetzt? Und gar nichts ist davon übrig, ist einfach... Hab ihn zurückgehauen? Ne. Wieso krieg ich das nicht hin? Das hab ich mal mit ihm gekriegt. Warum bist du doof zu schiefgen? Ne, der Berg. Der Berg. Der Berg. Aber ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne! Nein, nein! Dann such mal Wasser im Hintergrund. Nein, keine gute Idee. Dürf nicht. Uh, ich bin am Leben. Uh, 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 uh. Ich hab da Schaufel erlebt. Ha, große Vieh, ich bin immer noch. Äh, was soll ich denn machen? Wollt doch nur Quarz? Hab ich nur genug Quarz? Ne. Man kann nie genug Quarz haben. Ey. Ich muss meine Baumparmen nochmal abreißen. Alles abreißen, neu bauen. Ich glaube, wir brauchen eine Bulldose. Weg, hui! Oh, äh, springst du grad bei dir auch so rum? Hier brennt alles. Das tue nur ich, weil mein Connect wieder schlecht ist. Ich versteh's bei dem WLAN manchmal nicht. Manchmal ist alles gut und manchmal ist alles schlecht. Weg. Weg. Jetzt hab ich grad kurz Schwarzbild gehabt und jetzt los. Der Schöneffekt. Das fiel mein Quarz in die Luft gesprungen. Was? Ich komm auf dem Grab starten, mit Quarz. Ja. Ich mein Hashtag start. Bis geht's wieder. Einigermaßen. Immer weil ich im WLAN drum bin. Wenn ich direkt neben dem Router sitze, alles gut, aber wenn ich im WLAN drum bin, nö. Nö. Kein Bock. Nein! Nein! Das Vieh ist zurück und ich häng hier im Abgrund. Oh mein Gott! Wird sich überleben. Dann alles in der nächsten Folge. Wo sind das Vieh? Das bringt ja eh nichts, man sieht ja nicht, was Steffi macht. Die auch nicht, was ich mache. Hören reicht eigentlich auch schon. Ich bin gerettet, damit du Quart reichen. Die Decke, den hab ich nicht. Wo war das denn jetzt? Oh ja, gut, dann reißt das jetzt alles wieder ab, weil ich hab aber so. Ich hab mal nicht was machen, ne? So. Wenn ich mich jetzt hier auf die Decke bau, dann kommt ein Vieh an. Dann bist du überrascht. Oh, das ist schon das Vieh. Ich hab noch gar nicht angefangen, das Vieh schon da. Das wusste einfach, was du vorhast. Du links. Äh, Kerkel? Och, da ist es. Scheiße, warum hat Neda nicht zurückgepackt, denn du? Du siehst mich nicht, du siehst mich. Du siehst mich. Ja, komm her. Na zurück. Ja, ich hab's geschafft. Hoffe. Du hast geflüchtet. Ha, ich bin so einschüchtert. Oh, ich flüchte jetzt auch. Und er holt seine Freunde. Bin auch eingeschüchtert, ich flüchte auch. Ja, ich höre jetzt auch mal zwei, danke für die Motivation. Bei uns ist noch Quarz. Hallo, warum kann ich den? Ich bin disconnected. Wow, Verbindung unterbrochen. Hoppala. Mein ist noch da. Äh, ja. Das sind so Ziegelsteine, die ihr hier grad seht. Das ist hübsch. Hast du noch? Er hat verlassen, Kampfkeksi hat verlassen. Okay. Oh, ich bin wieder, also ich bin wieder da. Also ich hab was abgebaut und es ist wieder zurück gesprungen. Also ich hab die ganze Zeit was abgebaut, eine ganze Reihe und dann bin ich zurück gesetzt worden und es war wieder da. Bist du schon wieder drin? Ja. Also ich war die ganze Zeit da. Ich bin gar nicht geflogen. Wenn ich meine Kinksi, ich guck mal nach, was, äh, ob es irgendwie feste Dinge gibt. Warum nicht mal gut Auri? Er hat sich mehr reingeheckt und alle gekickt. Oh, ne, ge, link hier. Ach, ich kann nicht wieder alles aufsammeln. Ich hab grad schon gefragt, warum denn da diese Sätze liegen? Also anscheinend gibt es nicht nur Störungen bei mir mit Technik. Wenn wir mal an. Dann müssen wir die Technik mal ansuchen, oder? Ähm, warum kann ich hier nicht weitergehen? Warum kann... Als ob hier ne unsichtbare Wand wäre. Vielleicht ziehst du jetzt auch aus? Nein, 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 nein. Aber nur an dieser einen Stelle. Echt? Nur an der einen Stelle und ich hab den Block schon weggemacht. Muss ich mir ganz kurz organisieren. Und ich bekomme da Schaden, wenn ich dagegen laufe. Dann lass es doch. Ich hab was denn... Jetzt ist... Ne, ist immer noch da. Jetzt ist plötzlich ein Block wieder... Die Blöcke bauen sich wieder langsam hin. Sehr gut. Also Connection, einfach perfekt. Jetzt hab ich sie weggemacht und sie sind angeblich immer noch da. Ja, komm. Das ist das erste Mal, dass wir hier technische Probleme haben. Nö, also Nitrado sagt, das ist okay. Vielleicht hat er Schluck auf. Ja. Ist gleich wieder alles gut. Ja. Nur sagen. So. Bei deinem Programm. Okay, die Blöcke sind immer noch da, unsichtbar und kein Plan. Dann geh erstmal woanders hin. Ja, genau. So, hier an anderem Block. Wir machen jetzt was anderes. Vielleicht stur. Boah. Pass auf, gleich werd ich wieder in den Keller teleportiert und dann sind die Blöcke weg. Oder stehen wieder da. Vielleicht ist die ganze Welt weg. Wo? Okay, vor ein Stück Erde. Ein Stück Erde. Da ist ein Stück Erde. Weg. Wird grad Tag oder wird grad Nacht? Es wird dunkel. Oder hell. Dunkel oder hell. An sich Sache. Jetzt wird das Glas halb voll oder halb leer auf? Es wird grad Tag. Oh. Nee, ich wollte kleiner. Ich bin du. Ich bin nur blöd. Hihi. Okay. Oh. Was haben wir denn hier noch? Sand. 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 Alter. Jetzt runter. Wo? Dann gehst du hier. Dann gehst du hier. Oh ne, die Welt wäre einfach nur okay. Da brennen die Nachbarn. Oh no. Hat Mann Krieg eigentlich einen Dortmund-Table? Ja, Mann Krieg ist. Ich weiß, das könnte man doch einfacher machen. Das macht aber auch die alten Varianten. So. Ich hab kein Blatt mehr. Ähm. 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 Was reicht mir? Die zwei Fackeln wäre hier noch so schlecht. Auf dem Rückweg. Mein Jan. Ich hab kein Blatt mehr. auf dem Scheiß Knick mir so lange so offen, ne? So. Ich bin organisiert. Heimanfried. 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 Weil manche abwürdig einfach. Ähm. Ein Buch ist ein richtig. Eine Sackgase. Wow. Und manchmal wund ich mich darum nicht keine Schmerzen habe. So. Weil du angeblich so blöd sein sollst. Ähm. Ein Buch ist ein richtig. In der Sackgase. Ja. Was heißt angeblich? Das behauptest du. Das ist ja jetzt nicht bestätigt. Ich laufe immer falsch. Was? Was soll das? Dann freu ich mich auch. Hehehe. Hehehe. Ich brauche mich dann aber hoch. Wie hier kommt's noch die? Ich bahne euch. So. Jetzt krieg's die die. Hehehe. Nee, nee doch. Ich hab mich feldhoch gebaut. Wow. Was? Ach nee, da ist ja Quarz. Hehehe. Über mir. Ach. Das mal jetzt wieder weg. Dann meine Fuckerin. Nee, warte mal, warte. Warte, das ist ja unentschlossen. Warte, was ich tun soll. Ich hab' da noch. Ich hab' irgendwo noch mehr Quarz. Und mehr. Ich hab' das nochmal. Ja, das ist ja. Die Schweinchen da unten. Nee, da wurde cool. Der, die das Quarz war. Da. Dankeschön. Noch mehr Quarz, aber das ist da ganz ganz oben. So, und jetzt? Nee, warte jetzt doch kacke aus. Den Film. Ich kann nix. Achso, ich bin voll mit Essen. Ich wundere mich, warum ich nichts essen kann. Voll überfressen. Hab' nach Hause. Oh, da ist noch mehr Quarz. Oh, überall Quarz. Wieso brennt hier? Hab' ich das jetzt aufgesammelt? Wieso geht die aufgesammelt? Hier hat der Würde Gas die Trab kaputt gemacht. Nee. Doch. Hat er nicht. Doch. Hat er nicht. Hat er nicht. Oh, jetzt meine Schaufel. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet hier gar nix. Mit Fackeln und Mistgaben. Tötet ihn. Wille Mob. Tötet. Warum kann ich jetzt da? Äh. Ab nach Hause. Buhu. 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 und was machen wir denn schönes bei ihr Schweinchen ich denke aber jetzt ist mittlerweile folgende Ende eigentlich okay danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge tschüss